Hallo und herzlich willkommen zur totalen Verderbnis hier bei Elden Ring. Also wenn ich jetzt hier richtig informiert bin, sind wir jetzt an diesem Verderbniswald angekommen. Abgrundwald oder wie es hier genannt wird. Verlassener Friedhof, wie komme ich auf Abgrundwald? Stand das da? Keine Ahnung. Was stehen da für Nachrichten? Wahnsinn suchen, umso mehr Chaos, Monster daher, stiller Verbündeter suchen. Blabla, gehen wir einfach mal weiter. Also wenn ich jetzt hier richtig informiert bin, kommt jetzt wohl eine Stelle, wo wir ein bisschen schleichen müssen. Nebel oder Bestie? Visionen des Todes. Kehrt um, solange ihr noch könnt. Jo, ich bin gespannt, was jetzt hier passiert. Unerwartetes Loch, was? Ich möchte nach Hause. Bin gespannt, was hier abgeht. Wahnsinn, das Wahnsinnsgebiet. Gucken wir doch mal. Ich dachte, was geht gerade ab? Falscher Button gedrückt. Bin ich mal nach hinten geschleudert worden. Auch schlau. So. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zum Leuchtfeuer, was mit Spektralross nicht geht. Das Gebiet soll wohl an sich uninteressant sein, einfach nur voll nervig hier durchzukommen. Es darf euch nicht sehen. Wenn ihr gesehen wurdet, gibt es keinen drinnen. Man kann es nicht einmal berühren. Jo, also keine Kämpfe, kein nix. Ist halt so eine Schleichgeschichte jetzt hier irgendwie. Angeblich, wie auch immer. Es gibt wohl zwei, drei Möglichkeiten, den Gegner oder die Gegner hier zu vernichten. Müssen wir mal gucken. Wo muss ich überhaupt hin? Weiß kein Mensch. Super. Dann gehen wir mal hier rum. Und bei meinem Radar-Boss-Kampftest, den ich zuletzt angesprochen habe, bin ich natürlich über den ein oder anderen interessanten Talisman nochmal drüber gerutscht. Klingt merkwürdig. Ist aber so. Was ist eigentlich mit dir? 122. Jo, gehen wir mal hier runter. Das sind aber normale Gegner, oder? Ah, ist das vielleicht hier sogar eine Stelle, wo man diese Ratten farmen kann, wenn ich eine sinnvolle Waffe drin hätte, oder was? Jetzt sterbe ich hier noch, oder wie? Ist das jetzt hier der Plan? Super. Warum sind die alle... Achso, die sind alle des Wahnsinns. Die sind hier alle stärker, oder was das war, ne? Oder war das überhaupt stärker? Ich dachte jetzt, das wären so leuchtende Augen, wo man mehr IP kriegt. Aber das ist hier gar nicht so. Und ich glaube, wenn ich wahnsinnig bin, dann haue ich mich doch selbst um, ne? So, irgendwie war das doch. War das nicht so? Jetzt werden wir gleich sehen, weil ich überhaupt keine Resistenzen habe. Jetzt ist vorbei. Wahnsinn! Was macht er da? Hä? Keine Ahnung. Also, die Bestienklauen nerven mich jetzt schon. Ne, ist nicht mein Style, ne? Ich muss draufkleppern. Da muss was passieren. Ganz kurzer Moment. Ne, mich nervt der, wie soll ich sagen, der Angriffsrhythmus, dass man so nach vorne springt und so. Damit komme ich jetzt gerade gar nicht klar. Ja, und irgendwie muss man hier wohl schleichen, oder was? Habe ich ja schon erwähnt, denke ich mal. Und, ähm... Es gibt ja verschiedene Talismane, die dich irgendwie leiser machen und sowas. Auf solche Geschichten bin ich da wieder gestoßen und dachte mir, weil ich ja schon wusste, was hier kommt, hat man ja überall schon mal mitbekommen, dass es da so einen Wald gibt oder Gegner, wo man, ähm... Irgendwie nur, äh... Schleichen kann oder sowas. Das habe ich auf jeden Fall öfter gehört. Und dann dachte ich mir, könnte das an der Stelle dann vielleicht interessant sein. Ich gucke jetzt mal, ob es jetzt besser klappt. Ansonsten muss ich vielleicht auch was umstellen. So, hier. Ja, das ist halt ein bisschen nervig. So, auf jeden Fall haben wir mal einen Stagger-Effekt und kriegen mal einen dieser Gegner weg. Das ist ja schon mal sinnvoll. Zwei sogar. Ja, und vielleicht ist das hier ein schöner Farmspot, um halt, ähm... Ihr Menschlichkeiter, wie heißt es hier im Game, diese Runenbögen zu farmen oder so? Bestimmt könnte das hier ein guter Ort sein. Ja, jetzt müssen wir mal gucken, was wir hier machen müssen, ne? Ob ich überhaupt großartig Bock habe, mich jetzt hier umzusehen oder nicht? Ja, hier sind super viele Ratten. Hier sind ja als noch Ratten. Ja, und die sind des Wahnsinns. Ich dachte eigentlich, die hätten die Leuchteaugen für mehr XP, ne? Jetzt weiß ich gar nicht, bin ich eben an Wahnsinn verreckt? Ich konnte es ja gar nicht sehen durch die, durch die Kopf-Animation da. Er haut sich ja, glaube ich, normalerweise ein Messer in den Kopf oder sowas, oder? War da so irgendwas? Irgendwas macht er doch da, wenn man wahnsinnig wird. Schattenreich, Rune. Gebrochene Rune. Ist da vorne schon wieder ein Leuchtfeuer? Das ist jetzt ein bisschen easy gewesen. Ja, da ist wieder ein Leuchtfeuer, oder? Und jetzt kommt noch irgendwas und bollert mich um, oder wie? Ist auch relativ fell hier und chillig. Ah, hier ist Terrorschaf. Gut, das ist natürlich Hardcore, da machst du nix. Oh, Alter, meine Kontaktlinsen sind wieder mega trocken. Nervt mich voll. Was geht denn ab? Ich setze mich jetzt mal ans Feuer. Ist jetzt kein Gebiet, das mich direkt mal so ab Grundwald. Hier stand es jetzt. Hm. Gut, Orientierung ist not available. Und das sind die Typen. An denen muss man irgendwie vorbeischleichen, wenn ich da richtig informiert bin. Sucht euch im Dickicht. Parieren versuchen. Hier steht es ja. Parieren würde irgendwie auch gehen. Ist ja genau mein Ding. Vor allem, wenn ich gar nicht parieren kann mit meinem Schild hier. Traumhaft. So, dann was anderes. Ich möchte es einfach nur mal testen, ob es geht. Es gab so Sachen, die machen dich irgendwie leiser oder sowas. Ich gehe mal von unten durch. Irgendwo war das hier unten. Äh. Ah, hier. Verbirg den Träger beim Wegducken vor Gegnern. Verhüllender Schleier. Elemiere jetzt sämtliche Geräusche, die der Träger in Bewegung macht. Das klingt doch im Zusammenspiel schon mal mega krass, oder? Dachte ich mir. So, gibt es sonst noch was? Also klar, ich war jetzt gespoilert, dass das kommt. Ist die Frage, ob das überhaupt geht. Achso, und es ist ja der Blick, ne? Angeblich ist es ja der Blick. Ich gehe trotzdem. Angeblich bin ich ja eliminiert. Der kann mich nicht sehen. Kannst mich nicht sehen. Gehen wir mal vorbei. Kannst mich nicht sehen. Macht er auch nicht. Ja, parieren oder irgendwas stand da wieder. Wir gehen mal weiter. Schleich, ich schleich. Wenn die einen sehen, dann... Frickert halt einfach nur Wahnsinn hoch, oder sowas. Das wäre es ja jetzt noch, wenn es mit den Talismannen da super easy funktioniert. Vielleicht hat das eine Zusatzkomponente, dass es dann ein bisschen, dass die es ein bisschen schwieriger haben, mich zu sehen oder sowas. Können natürlich jetzt hier überall sein, die scheiß Viecher. Hier soll wohl eine Burg sein oder so irgendwas halt. Da ist wieder so ein Schimmer auf dem Boden. Ist das nur vom Fluss? Jo. Habe ich eben in Verbindung mit dem Gegner gesehen. Ich dachte jetzt, dass hier richtig die Party abgeht, dass da richtig viele von den Viechern kommen. Da oben ist die Hütte, wo wir irgendwo mal rumgekämpft haben. So ganz da oben irgendwo. Super viele Nachrichten auf dem Boden. Uncool. Am Rand sollen wir uns aufhalten. Machen wir mal. Und dann laufe ich direkt in den Gegner rein, oder was? Nö. Ah doch. Er kommt da. Ist ja mal voll nervig, oder? Muss ich jetzt wirklich hier schleichen? Sammel ein. Ah, geht gar nicht. Bleib schön geduckt, mein Freund. Also du, Held. Oh oh. Auge, Auge, Auge. Er macht Auge. Er macht Auge. Hat er mich jetzt gesehen, oder was? Super. Hat ja toll geklappt. Hat ja super toll geklappt. Ich bin tot. Aua, Aua, Aua. Hä? Okay, ich hab's überlebt. Was war denn das jetzt? Was ist denn das? Okay, dann laufen wir einfach nur. Ah, noch eine Ratte. Guten Tag auch. Nee, guten Tag. Ich bin am Laufen. Ich bin speedy. Wir brauchen doch einen Talisman, der uns schneller macht. Nein. Nee. Was ist denn mal los? Ich bin nur ein bisschen wahnsinnig. Ganz easy, wie immer. Alles wie immer. Alles wie immer. Was ist denn das für ein Bullshit? Nein. Wie weit laufen die nach? Und ich kann die, glaube ich, nicht attackieren, wenn ich da richtig informiert bin. Ich kann's ja gleich mal probieren. Angeblich schlägt man durch die Durch oder sowas. Oder hat kein Treffer-Feedback oder wie auch immer. Da vorne läuft irgendjemand rum. Ein ganz normaler Kerzenleuchter-Typ. Kerzenleuchter-Typ. Hilf mir. Hinter mir ist irgendein Dude. Der ist wahnsinnig. Kerzenleuchter-Typ. So. Hallo. Guten Tag. Hinter mir sind Nervsäcke. Kann ich dich mal gerade wegkloppen? Ja. Die Wahnsinnstypen sind schon irgendwie weg. Bin ich schon durch den Gebiet durchgelaufen jetzt? Oder was? Waren das die zwei, drei da? Oder was? Hoffen wir es doch einfach mal. Und jetzt kann ich hier so hoch und dann passiert gar nichts. Ich bin falsch gelaufen, ne? Gut. Eine Karte wäre so langsam echt sinnvoll, ne? Ja. Was soll ich denn machen? Unerwartet das Wahnsinn oder so. Ja. Ross ist immer noch... Ah. Hier vielleicht? Gehen wir mal hier hoch. Also ich habe die jetzt umgeboxt. Das könnte ja ein sinnvoller Weg gewesen sein. Achtung Gegner. Kein Problem. Da bin ich am Start. Wenn es normale Gegner sind. Ja. Das überrascht mich jetzt. Dass ich das dem Stand halten konnte. Ich dachte eigentlich, da ist mal One-Shot oder so. Irgendwas habe ich mal gehört. Und was auch lame ist, ist, dass die Talismane nicht funktionieren. Finde ich ein bisschen kacke. Hochstraße voraus. Jo. Und dann schalten wir die von oben aus. Gebe ich denen ein Headshot und das war's. Oder so. Ein Leuchtfeuer wäre was Schönes. Oder ein sinnvoller Weg. Dass ich weiß, wo ich hin muss. Das wäre auch was super Schönes. Ne. Ich wollte doch gerade schleichen. Du kannst mich nicht sehen. Dann halt so. Komm. Stirb Großsterne. Mach was. Ja. Ich habe überall gehört. Das wäre. Da wäre mal One-Shot von den Viechern. Und ich konnte da jetzt einfach durchspazieren. Was ist das denn? So krass bin ich ja jetzt auch nicht dagegen gelevelt oder sowas. Also nicht, dass ich es wüsste. Sagen wir es mal so. Okay. Sieht doch interessant aus, oder? Wollen wir da hin? Nein. Gib mir ein Feuer. Lass mich irgendwo ein Feuer haben, dass ich nicht nochmal an den Vorlidioten vorbei muss. Komm schon. Klar, also hier auch nochmal die Devise. Irgendwann genauer umschauen. Vielleicht auch Off-Cam. Da oben ist was. Da oben glitzert was rum. Das könnte ein Skado-Baum sein, oder? Oder ähnliches. Gehen wir mal hin. Und da kommt so ein komisches Typ-Ding von der Seite und macht Angst und so. Wahnsinn. Verrückter Handwerker. Das passt. Warum immer Objektherstellung? Das stimmt auch wieder. So, Inventar. Schwerer Topf der rasenden Flamme. Achso. Und dann kann man die Gegner da wahnsinnig machen, oder was? Könnte man ja bei Radar mal versuchen. Dann soll der sich doch selbst wahnsinnig machen und dann umbollern oder sowas. Wäre doch mal was, oder? Kann man ja mal bringen. Irgendwas war auch mit dem Topf. Ich glaube, der wurde irgendwann mal abgenervt in irgendeinem Update oder so. Glaube ich. Wenn ich da richtig informiert bin. Hängt hier irgendwo ein Töpfchen rum, dass ich runterballern muss? Also hier die drei, vier Gegner. Das war ja sicherlich nicht das, um was es da ging. Das kommt ja wahrscheinlich jetzt hier unten. Ah, Nebel. Ja, da stand ja irgendwas. Achtung, Nebel oder so. Oh, nee. Kann ich dann... Ah, deswegen stand da vielleicht Hochstraße probieren. Dass man hier oben vorbei geht oder sowas. Machen wir mal. Stand sowas da? Jo, oder? Sagen wir mal ja. Alter, bin ich schlau. Durch meine Talismane, die mich nicht sichtbar machen, aber irgendwie doch sichtbar machen. Oder geräuschlos oder doch nicht geräuschlos, wie auch immer. Und dann die Hochstraße noch benutzt. Alter, Leute. Ich bin von mir selbst begeistert. Das war absoluter Wahnsinn. Das war schön. Und jetzt ist da unten ein Leuchtfeuer. Wir gehen in die Burg rein. Und dann kommt der Super Endboss-Kollege. Irgendwas passiert da gerade? Irgendein Schaf ist irgendwo. Die Klippe runtergestürzt. Da sind die Idioten wieder, oder? Oder sind das nur die Magier-Dudes? Nee, das sind nur Magier-Dudes, oder? Hätte ich jetzt gesagt. Jetzt springe ich hier runter und bin tot, oder was? Komm, so kann es jetzt nicht enden. Nee. Nee, das sind die Magier-Dudes. Alles klar. Magier-Dudes, das ist kein Problem. Weil ich bin nicht hörbar. Alter, ich werde ja noch Fan von den Talismanen. Ich wusste gar nicht, dass ich ein Schleichgott bin. Ein Stealfer. Oh. Macht denn er da? War da gerade ein Eingang, oder sowas? So, hier die Magier-Kollegen. Hast du das echt schon mit den komischen Viechern da? Weil ich so viel von dem Wald da immer gehört habe, wie nervig das sein soll und so. War da ein Eingang? Hier links, rechts? Andere links? Nee. Nee, da war kein Eingang. Warum nutze ich keine Laterne? Man weiß es nicht. Vielleicht, dass die Geister-Viecher mich da nicht sehen, die Dudes da. Was hat das jetzt gesollt? Gut, klar. Gegner. Gut, da steht vielleicht jetzt gleich was als Nachricht. Und da im Nebel waren wieder die Viecher und die habe ich jetzt über die Hochstraße da. Also über diesen Weg oben. Oh. Winter. Was? Winterlaternenfliege. Was ist das denn? Also irgendein Herstellungsding, oder? Fliegträge durch den Abgrundwald. Geflügeltes Insekt, das eine herabhängende, rasende Flammendraube trägt. Mhm. Sie gelten als Vorboten des alterten, unberührbaren. Weise Menschen halten sich fern, wenn sie sie sehen. Können sie machen. Und jetzt laufe ich zurück. Oh, da hinten. Oh, die Adlerversammlung. Leute, da ist sie. Die Pinguin-Adlerversammlung. Was ist denn das bitte? Da geht es rein. Nee, aber die Pinguin-Adlerversammlung, die machen wir weg. Was ist denn das bitte? Äh. Ah, da sind keine... Hä? Was ist denn das? Leute, ihr habt ein Problem. Äh. Ist ein bisschen komisch. Ehrlich gesagt. Die Köpfe sind ab. Visionen hier von Köpfe. Ich dachte schon, es sind Pinguine. Gut, egal. Gehen wir mal hier rein. Holen uns das Leuchtfeuer, das höchstwahrscheinlich hier ist. Da sind viele Nachrichten. Glück voraus. Gut gemacht. Ja, war super. Oder? Alter. Krass. Leute, wie ich abgehe. Ich wusste gar nicht, dass ich so gut bin. Also, einfach Beine in die Hand und los geht's. Und wir sind, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, in einem neuen Legacy-Dungeon, oder? Da vorne war ein Leuchtfeuer. Gehen wir natürlich noch hin. Aber vorher holen wir uns hier was Schönes mit. Eine bralle Traube. Ein bralles Auge. Ne? Laut der Logik. Findet man immer seltener. Ein Augapfel der rasenden Flamme, der von innen angeschwollen ist. Findet man immer seltener. Mit eingebrannten Fingerabdrücken markiert. Die beweisen, dass es direkt von den drei Fingern berührt wurde. Jo. Top. Top, top, top Sach. Warum? Keinen Schritt näher, sage ich. Der Wahnsinn lässt sich nicht länger zügeln. Ja, wer labert denn da vorne der Geist, oder was? Wer ist der Sprecher? Ach so, da hörten wir noch was. Oh, 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 oh. Was ist denn hier los? Alarm, Alarm. Oh, Leute. Ah, und wir wollten uns die Werte anschauen. Ganz kurzer Moment. Vor dem nächsten Upgrade. Ne, nicht auf Ausrüstung, sondern hier Status. Also, Damage 1226 und Verteidigung 67,3. Warum nur? Ach so. Ach, jetzt habe ich nicht mehr... Ne, Moment. Da machen wir was anderes. Das hat ja super viel gebracht. Machen wir wieder unser ursprüngliches Setup. Hier gegen körperlichen Schaden enorm. Genau. Und hier hatte ich meistens irgendwas Richtung Objektentdeckung, dass wir ein bisschen Loot bekommen und so, ne? Falls sie auf die Idee kommen, hier im Let's Play, äh Quatsch, im DLC noch irgendwie was Schönes anzubieten. Falls, falls die Entwickler denken, Arcan Energie Entdeckung wäre vielleicht mal noch was Schönes. Dann ist das so. So, also gucken wir nochmal ganz kurz. Status 73,8. Genau. Körperliche Resistenz hatte ich auch so irgendwas in Erinnerung. Und 1226 Damage. 1226 Damage und 73,8, ne? Wenn ich es gerade noch richtig weiß. Oh Gott. Help! Oh jo. Das macht schon noch was aus, ne? Also 14 mehr Damage oder sowas. 116, keine Ahnung. Und, ähm, ja. Auch 0,3% mehr Resistenz. Das ist bei Radaren, also zumindest mal körperlich, was es jetzt heilig ausgemacht hat, weiß ich nicht. Wahrscheinlich eh nicht. Das macht bei Radaren schon auch noch was aus. Die Prozente. So, hier war mal ein schöner Fleck. Geheimnis voraus. Angriff versuchen. Ach so. Ach so. Oh. Hätte ich jetzt gar nicht gemacht, ehrlich gesagt. So, Moment mal. So, was geht hier ab? Seid willkommen, oh, ungeladener Gast. Doch ich muss euch warnen, bevor ihr eintretet. Folgt den Worten unseres Meisters Mitra. Nähert euch dem Wahnsinn nicht, damit ihr ihm nicht erliegt. Nö, doch, mach ich. Mitra, es gibt aufs Maul. Ist gar kein Problem. Jo, nee, und da würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge hier an der Stelle weiter. Ich habe hier nochmal unfassbar viel Quatsch gemacht. Schade, dass das mit dem Talisman nicht funktioniert hat. Gut, es geht über visuelle Geschichten und nicht über Geräusche und so. Aber wäre irgendwie cool gewesen. Eine andere Möglichkeit, das kann ich auch mal irgendwann testen. Oder ihr, wenn ihr Bock habt, ist hier folgendes. Ist mir noch aufgefallen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt direkt hinkomme. Hier das Schleierding. Schleier des Imitators. Imitiert Objekte in der Nähe und dann brettet auch immer so durch. Das dauert zwar ewig, weil man, da ist man super langsam mit dem Ding. Aber, jo, gut, jetzt habe ich es mal ausgerüstet. Können wir mal ganz kurz machen. Und dann kann ich den da machen. Jetzt bin ich ein Tisch oder sowas. Oh. Nein, es ist nicht wahr. Es ist einfach nicht wahr. Da läuft's Amok, das Bild. So. Das Bild kommt hinein. Sterbt. Leitern. Und so. Ne. Also sowas hätten wir können machen. So am Gegner vorbei. Hallo. Ich bin nur ein Bild. Ich bin gar nicht ich. Ich bin ein Bild, ein Busch, eine Pflanze. Was auch immer. Gut, alles klar. Dann machen wir in der nächsten Folge hier an der Stelle weiter. Ich grüße alle, die ein Abo, Like, Kommentar dalassen. Ich grüße alle, die hier reinschauen. Und ich grüße den Supporters-Club. Thorsten Kieserling, Tayana Imhoff, Andreas Helbig und Pesti und Shadow. Ja, vielen Dank an euch für euren Support. Und ja, ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Haut rein. Ciao. Ciao. Ciao.